Mein Name ist Günter Wolf, ich bin nebenamtlicher Kirchenmusiker in Nordhorn in der Kreuz- und Christuskirche. Ich werde das Tonstück in C ernst und feierlich von Johann Georg Herzog spielen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020